Unser Institut hier am Klinikum Fulda hat zahlreiche Schnittstellen zu verschiedensten Bereichen und Organisationseinheiten. Ein ganz wesentlicher Workflow ist natürlich neben der beleglosen Anforderungen und Befundübermittlung ein ganz wichtiger Schritt für unsere Kliniker. Auch die Frage der Übermittlung von Prozeduren, ICD-10-Codierungen an unser Medizincontrolling zur Sicherung unserer Erlöse. Innerhalb des Labors nutzen wir in zahlreichen Prozessschritten die IT-Lösungen von Daedalus, sei es zur Beurteilung unserer Turnaround-Zeit, zur Beurteilung unseres Anforderungsvolumens, zur Optimierung auch unserer Geräteauslastungen. Wir kooperieren seit 13 Jahren mit Daedalus Labor in den verschiedensten Bereichen. Wir sind es gewohnt mit unseren Kooperationspartnern bei Daedalus Labor eine offene Kommunikation zu suchen, eine direkte Antwort auf unsere Fragen und Probleme zu erhalten, einen gemeinsamen Blick auf neue Lösungen zu suchen und auch zu finden und diese auch schnell umzusetzen. Wir haben immer Ansprechpartner gefunden und unsere, ich denke, berechtigte Hoffnung ist, dass das auch in Zukunft in der Zusammenarbeit, in diesem Fall mit Daedalus Labor seine Fortsetzung finden wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.